Reden wir mal über die Cast, ja, für die Schauspieler von Neil Dark. Catherine Bigelow war ja mal später mit James Cameron verheiratet. Zwei Jahre später, glaube ich, hat sie den geheiratet. Und ich finde, die Parallelen, die da so finden sind, sind ja schon sehr interessant. Schon damals, ja, eben wenn wir über die Cast sprechen, wir haben nämlich drei Leute von dem Film. Aliens. Genau, Aliens. Die Aliens Gang. Die Aliens Gang haben wir da nämlich drin, ja. Ja, und im Grunde auch immer so, also wir haben Bill Paxton. Genau, mit seinem, mit seinem, ich, wieder dieses, dieses geile Overacting. Er ist ja drüber, er ist ja, muss man einfach sagen, sowohl bei Aliens, ja. Game over, man, game over. Ja, gut, dann fangen wir an. Ja, lieber Tobias, ich freue mich, dass du da bist beim Midnight Movie Special. Ja, ich mich auch sehr, sehr, bin ganz gespannt. Du hast heute zwei Filme mitgebracht, auf die wir uns recht schnell geeinigt haben. Genau dahin stehen sie. Ja. Heute sind wir sozusagen im Vampir-Genre, ja, zu Hause. Und zwar sprechen wir heute über Near Dark aus dem Jahre 1987. Und der zweite Film, den du mitgebracht hast, ist From Dusk Till Dawn aus dem Jahr 1997. Ne, 96. 96. 96, ich sag's. 96, genau. Meine Standardfrage sozusagen, wann hast du den das erste Mal gesehen? Kannst du dich daran noch erinnern? Total. Also an beide Filme, ich, deswegen kamen wir die auch direkt in den Sinn, das sind so Filme, wo ich ziemlich genau weiß, wann ich die das erste Mal gesehen habe. Und das für mich ein Erlebnis war, also ein ganz besonderes Erlebnis. Near Dark war ein klassischer Videotheksfilm. Mhm. In dem Sinne, dass der immer in der 18er Abteilung dann da stand. Geiles Cover. Und ich war eigentlich zu jung, um ihn zu sehen, als er natürlich rauskam. Der war damals auf VHS auch geschnitten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn du den Film anschaust. Der war ja auch teilweise verboten in irgendwelchen, ich glaube in irgendwelchen skandinavischen Ländern. Und in England, dass das Sensorsport oder wie das da heißt, die haben den auch erstmal eingestuft als Videonasty, wie die das ja genannt hatten. Und also hatte so ein bisschen das, was verrugt ist, was verboten ist. Der ist mir immer in Erinnerung geblieben und hab den auch in allen Formaten. Ich hab den als DVD, also ich hab den als VHS, als DVD, jetzt auch als Blu-Ray, hab den in zwei Versionen oder drei Versionen sogar und hab auch Special Editions gekauft und sowas, weil ich den Film einfach wirklich fantastisch finde. Fantastisch gemacht. Und Catherine Bigelow, auch eine tolle Regisseurin. Mhm. Ja. Die auch Strange Days, Strange Days ja auch ein Top-Film. Auch Hurt Locker fand ich ganz super. Aber Detroit, ihr letzter, war auch ein super Film. Und die hat einfach wirklich, die hat's drauf. Ja. Also Catherine Bigelow, wenn wir da mal auch kurz einlenken, die ist mittlerweile schon 68 Jahre alt, was ich echt gar nicht gedacht hätte. Ja, ich auch nicht, ja. Ich hab letztens auch erst, wenn man so Bilder auch von ihr irgendwie googelt, dann, das sind auch, glaub ich, noch von der Oscar-Verleihung bei Hurt Locker, das ist ja auch schon, glaub ich, zehn Jahre her oder so. Ja. Oder noch ein bisschen sogar. Ich kann's nicht sagen, ja. Im Grunde war Near Dark ihr, ja, eigentlich ihr Debüt. Also sie hat vorher schon mal einen Film gemacht, den hat sie aber zusammen, die Regie irgendwie zusammen gemacht mit jemandem. Da hat William Dafoe die Hauptrolle gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Film hieß, aber müsste ich nachschauen, aber ist auch relativ unbekannt. Und Near Dark war dann so ihr erster richtiger Film, wo sie ganz alleine produziert hat. Ein Independent-Produktionsstudio hat das ja gemacht im Grunde, die wirklich nach Independent-Projekten gesucht haben. Kann man sich kaum vorstellen eigentlich, ja. Wie gesagt, wir suchen nach tollen Independent-Projekten und finanzieren die. Und ich glaube, sie hat sehr als Person überzeugt. Also ich hab so ein Making-of gesehen, wo auch einer der Produzenten von diesem Studio sagt, okay, ich bin da reingelaufen, sie saß da und sie hat uns als Person einfach überzeugt. Ich hab trotzdem zu ihr gesagt, du kriegst ein paar Tage Zeit, das zu machen und wenn du versagst, dann tauschen wir dich sofort aus, ja. Und sie hat auch geil. Ja, gut. Da geht man mit so ein bisschen Gepäck, geht man dann schon in den Film rein, wenn man irgendwie weiß, du bist hier auf dem Schleudersitz. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du es, aber das Interessante ist ja die Genese des Films, dass sie ja eigentlich einen Western machen wollte. Ja, genau, ja. Also irgendwie so, oder es sollte ein Western werden, aber man hat so gemerkt, Western ist nicht mehr angesagt. Ja, ja. Und dann kam diese Idee, aber was angesagt ist, ist gerade hier Genre, also Vampirfilme und sowas. Ja, Lost Boys ist ja der Film, der auch irgendwie so halbwegs parallel produziert wurde oder rauskam. Und man hatte so ein gewisses Horror, Vampir war angesagt und da hat sich ja, weißt du was, da machen wir doch so ein Clash und verbinden Western mit Vampirfilmen. Und so ist ein Vampir-Western eigentlich dabei rausgekommen. Ja, also Neo-Western natürlich irgendwie so. Neo, genau. Ja, und das Interessante ist, und das hat er so ein bisschen mit From Dusk Till Dawn gemein, der Film. Ja. Es ist eigentlich am allerbesten, wenn du nichts weißt. Ja. Also wenn du über den Film nicht weißt, was es wird. Allein schon zu wissen, dass es ein Vampirfilm ist, ist fast schon ein bisschen schade. Also natürlich ist es schwer, das Cover und so, es deutet alles ein bisschen darauf hin. Aber er fängt ja an wie eine klassische Love-Story. Ja, Junge vom Land, sieht eine Schönheit, mutmaßlich auch irgendwie vom Land. Ja, sie fügt sich ja optisch einfach auch in diese Umgebung ein. Ja. Und sie verbringen einen Abend miteinander. Es beginnt so eine zarte Liebesgeschichte und dann kommt auf einmal so ein bisschen wie Kai aus der Kiste die Tatsache, dass sie sowas ähnliches ist wie ein Vampir. Es wird ja nie gesagt. Ja, das stimmt. Also letztlich fällt das Wort Vampir in dem gesamten Film ja nicht. Ja. Auch spannend eigentlich. Ja, absolut. Ich bin mir sicher, das ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Und dann, wenn du das nicht weißt, denkst du einfach, was ist denn jetzt los? Du kannst ja mal sozusagen kurz den Inhalt erklären, ein bisschen spoilerfrei sozusagen. Ein bisschen spoilerfrei. Also kurz umrissen kann man sagen, tatsächlich Junge vom Land verliebt sich in ein Mädchen an einem Abend. Es stellt sich heraus, das Mädchen ist ein Vampir, beißt ihn, tötet ihn aber nicht. Was bedeutet in der Logik des Films, dass er jetzt auch zum Vampir wird. Also er geht eine ziemlich schmerzhafte und unangenehme Verwandlung durch, die dann auch in... Also das Thema ist natürlich, das drunterliegende Thema ist Sucht. Also er wird süchtig nach Blut. Er merkt, er braucht das. Hat aber natürlich keinerlei Erfahrung. Will auch niemanden umbringen zunächst. Und kann sich dann... Also sie ernährt ihn von sich. Also scheinbar hat sie im Blutkreislauf etwas drin, wenn sie Blut aufnimmt, dass sie an ihn weitergeben kann. Und es gibt eine Gruppe von Vampiren, die unterwegs ist und man kann sagen, mordend durch die Gegend zieht. Um sich einfach auch über die Jahrzehnte, die sie schon leben, weiter davor zu bewegen. Und sie versuchen... Also sie stellen ihn vor die Wahl. Entweder du machst hier bei uns mit und lässt dich ein auf die Dunkelheit oder wir machen dich fertig. Wenn wir schon bei Spoilern sind, wie findest du denn eigentlich das Ende? Findest du das zu versöhnlich? Also weil ich... Ja. Ja, gell? Es ist schon sehr versöhnlich. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Phänomen... Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Aber ich habe das Gefühl, dass bei manchen 80er Filmen, das ist mir damals nicht so vorgekommen. Aber du würdest heute nicht mehr damit durchkommen, zu sagen, der kriegt jetzt eine Bluttransfusion und alles ist wieder gut. Weil er dann natürlich automatisch was... Entschuldigung, die sind seit Jahrzehnten... Einer sagt, er sei hier im Bürgerkrieg mitgelaufen. Ja. Lance Henriksen. Ja. Und der kam nie auf die Idee, mal irgendwie eine Bluttransfusion zu machen oder was? Ja, genau. Um ihren Zustand wieder zu ändern, ja? Reden wir mal über die Cast, ja? Für die Schauspieler von Neil Dark. Catherine Bigelow war ja mal später mit James Cameron verheiratet. Zwei Jahre später, glaube ich, hat sie den geheiratet. Und ich finde, die Parallelen, die da so finden sind, sind ja schon sehr interessant. Schon damals, ja? Eben, wenn wir über die Cast sprechen, wir haben nämlich drei Leute von dem Film... Aliens. Genau, Aliens. Die Aliens-Gang. Die Aliens-Gang haben wir da nämlich drin, ja. Ja. Und im Grunde auch immer so, also wir haben Bill Paxton, dann... Ja. Mit seinem... Wieder dieses geile Overacting. Er ist ja drüber. Er ist jetzt, muss man einfach sagen, sowohl bei Aliens. Game over, man! Game over! Ja, er ist immer drüber, aber so geil. Ich habe so eine Freude, wenn er da aufgetaucht ist, hatte ich gedacht, Mensch, Bill Paxton und auch Lance Henriksen ist halt ein super Schauspieler, der in Aliens den Roboter... Ja, den Bischop, genau. Den Bischop spielt, den Androiden. Den Androiden, auch. Und natürlich Vazquez, also die Kämpferin aus Aliens, die auch hier wieder auftaucht. Hast du gesehen, in der einen Szene, wo er durch diesen Ort läuft, in einem Kino, läuft hinten Aliens? Ja, da läuft hinten Aliens, genau. Also im Near Dark läuft er durch die Straßen und da siehst du hier die Anzeige, Aliens läuft im Kino. Ja, absolut. Ja, genau. Also da ist wirklich extreme Verbindung, nicht nur, dass das dann in der Hochzeit gegipfelt hat, aber auch Bill Paxton war ja auch immer mit James Cameron befreundet und hat in vielen Filmen ja immer kleine Rollen gespielt von ihm. Er war ja auch, glaube ich, Musiker, Bill Paxton. James Cameron hat wiederum auch Musikvideo von ihm gedreht, glaube ich. Dann ist Catherine Bigelow mit dem Motorrad durchs Bild gefahren. Also irgendwie ist das so eine Crew oder ein Bunch sozusagen. Weißt du, dass James Cameron im Film vorkam? Ja, irgendwie im Auto, ja, mal oder so. Ja, irgendwie zeigt er ein Stinkefinger. Mir ist es auch nicht aufgefallen, ich habe es aber in mir in das Trivia gelesen. Auch Vasquez, ja, Janet Goldstein ist auch bei Terminator 2 zum Beispiel auch mit dabei, als diese Stiefmutter von John Connor, weißt du, die dann den Stiefvater in der Küche da ersticht, wo sich der große T1000 in sie verwandelt. Also die war auch immer dabei und hat auch immer James Cameron als sehr feministischen Regisseur auch eben beschrieben. Also positiv. Damals Aliens war ihr Debüt, war ihre Debütrolle. Das Interessante ist ja, wo du das gerade sagst, dass James Cameron von ihr gesehen wurde als feministischer Regisseur. Er ist ja nun einer, der der Welt eine der besten Heldinnen geschenkt hat, die in der Filmgeschichte zu finden sind. Also mit Ripley, die ja ein Unikum war im Filmkanon der 80er Jahre. Du hast die Stallones und die, die gehabt und du hast die Schwarzeneggers gehabt und so diese, diese harten Action-Typen und Ripley war halt eine richtig tolle Heldin auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat ja auch mit mir da, nur wie du sagst, in dem Moment was zu tun, wegen der Regisseurin. Genau, Catherine Bigelow. Die ja auch ein Unikum damals war, weil es nicht so viele weibliche Action-Regisseurinnen gab. Held mir mal auf die Sprünge. Ich habe überlegt, gab es damals überhaupt eine Regisseurin, die die Action-Filme gemacht hat? Tja, gute Frage. Also mir würde jetzt echt fast niemand einfallen. Auch die Filme, die sie danach gemacht hat, ich glaube danach kam Blue Steel mit Jamie Lee Curtis. Auch sehr gut übrigens. Ja. Blue Steel ist auch ein sehr guter Film. Absolut. Point Break, Gefährliche Brandung mit Keanu Reeves. Auserlich. Patrick Swayze. Ja. Und dann, ja, später auf jeden Fall Strange Days, den habe ich irgendwann in meinem Kino gesehen, als ich jugendlich war, glaube ich sogar, habe ich den im Kino gesehen. Und ich finde, das ist bei mir da, glaube ich, auch einer der Vorteile. Der gehört auch in diese Gattung, finde ich. Du weißt so wenig über den Film und dadurch, oder du weißt so wenig über die Figuren und was die für einen Hintergrund haben. Und das wird nur so angedeutet. Und dadurch entwickelt es sich bei dir selber, finde ich, viel mehr, weißt du, das passiert mehr mit dir. Als wenn das alles, wenn die, ich glaube, wenn die heute diesen Film machen würden, würden die wahrscheinlich erst mal die ganzen Backstories verfilmen, zeigen, wie die alle... Ja, wie die Vampire geworden sind und also es wäre alles, dass du keinen Platz mehr hast als Zuschauer. Und ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen, finde ich, sind diese Filme sogar noch viel, viel wichtiger, als man denkt, weil die einem so, die lassen einem Luft zum Atmen, also im Hirn auf jeden Fall. Total, total richtig. Bin ich hundert Prozent bei dir. Du weißt ja nichts. Er erzählt, dass er da im Bürgergericht dabei war. Ja, das erzählt er einmal, aber ansonsten, was war mit Homer, wie ging das los und diese ganze... Und das ist ja was Geheimnisvolles. Ja. Ja, und wenn du dann auf einmal mit irgendwelchen, wenn du über die Jedi-Ritter dann danach denkst und auf einmal heißt es, es ist eine chemische Geschichte im Blutkreislauf oder was auch immer, da sich überlegt hat, dann nimmst du einfach was weg, wo du denkst, nee, das wollte ich gar nicht wissen. Ja. Lass es doch einfach irgendwie mal, lass es doch mal mystisch irgendwie stehen. Ich finde, wie gesagt, Star Wars ist das beste Beispiel dafür, weil das... Ja, hast du recht. Weil das hat mir das alles... Was kaputt gemacht wird, wenn du einfach zu viel Informationen gibst. Ja, absolut. Wir springen mal zu unserem nächsten Film, ja. Kommen vielleicht nachher nochmal zurück zu Niedag oder vielleicht finden wir Parallelen auch nochmal dazu. Wir springen jetzt erstmal zum nächsten Film zu, From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez aus dem Jahr 1996, geschrieben von Tarantino, Hauptrolle George Clooney in seiner eigentlich ersten oder in seiner Durchbruchsrolle, in seiner Durchbruchshauptrolle. Wann hast du diesen Film zum ersten Mal gesehen? Hast du den auch auf VHS wahrscheinlich nicht mehr? Ich habe ihn im Kino gesehen. Im Kino hast du ihn gesehen. Und jetzt halte ich fest, auch ein Hammererlebnis. Wir wussten tatsächlich nichts. Ich war mit meinem guten Freund, Tobias Stöver heißt er, war ich damals, der hatte Großeltern in München und wir haben da Ferien gemacht. Und in München war Filmfest. Und ich war großer Tarantino-Fan und dann haben wir Karten gekauft, nur weil wir wussten, Tarantino ist irgendwie beteiligt für From Dusk Till Dawn, ohne auch nur ein Fitzelchen an Informationen über den Film zu haben. Wir wussten wirklich, so wahr ich hier sitze, nichts. Und dann haben wir im Kino gesessen, ich meine es wäre Kino Münchner Freiheit gewesen und haben den Film geguckt und er geht halt so los, wie so ein Tarantino-Film eben losgeht. Und dann passiert das, was eben dann passiert in der Mitte des Films. Und wir saßen mit offenen Mündern da und waren komplett weggehauen. Und als dann der Abspann lief, wir haben das Gefühl gehabt, wir haben etwas gesehen, was wir so in dieser Form noch nie gesehen hatten. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem Gespräch, was wir heute führen. Weil ich From Dusk Till Dawn lange nicht gesehen hatte. Ich würde mal sagen, zehn Jahre nicht. Würde ich mal sagen. Und vielleicht kennst du das Gefühl, man hat Angst, einen Film zu gucken, an den man gute Erinnerungen hat und dann enttäuscht zu werden. Und alter Schwede, ist der immer noch gut. Ist der immer noch gut? Also ich habe den damals gesehen in den 90ern, ich glaube auch im Kino vielleicht. Ich wusste allerdings schon, also in etwa was passiert. Von daher kenne ich diesen, ich hätte gerne diesen Aha-Effekt. Ich hätte gerne diesen, aber wenn der kaputt ist, ist er, das ist wie bei Sixth Sense, ja, mit Bruce Willis. Da hat mein damaliger bester Freund mir schon gesagt, wie er ausgeht. Und das war immer noch dein bester Freund anschließend. Kann ja wohl nicht dein Ernst sein. So jemand muss sagen, das war's, mein Freund, das war's mit uns. Das finde ich übrigens auch bei From Dusk Till Dawn ganz fantastisch. Es ist ja so ein bisschen ein Foreshadowing auf Grindhouse. Also auf dieses Duo-Projekt von Rodriguez und Tarantino, wo sie beide ja so Midnight-Movies eben auch gemacht haben, wie wir es jetzt hier gerade auch besprechen, Double Feature. Planet Terror, der Zombie-Film. Und dann Death Proof, dieser Slasher, kann man das so sagen? Ja, auf eine sehr kreative Weise bringt er ja Frauen um, indem er mit ihnen gegen die Wand fährt, sozusagen, als Stuntman. Ist ja schon wie so eine Art Slasher, ja. Genau, und da hast du auch diese Zweiteilung gehabt. Und auch da hast du schon gesehen, wo so die Leidenschaften der beiden Regisseure liegen. Bei Rodriguez eher so dieses laute, effektgetriebene, ambitionierte B-Movie-Feeling. Und bei Tarantino auf der anderen Seite dieses dialogbasierte, coole, leicht perverse auch immer so in den Charakteren und in den Storys. Und das ist ja in From Dusted Torn ganz genauso. Ja. Du hast ja, die Gecko-Brüder sind ja wirklich schlimme Finger, alle beide. Ja, also wirklich Psychopathen in verschiedenen Abstufungen, ja. Du kannst ja nochmal eine spoilerfreie kurze Inhaltsangabe zusammenfassen. Also die beiden Verbrecher-Brüder Seth und Richard Gecko flüchten durch Amerika, nach Mexiko wollen sie, nach El Rey, einem Ort, wo sie als Verbrecher bis an ihr Lebensende in Saus und Braus leben können und hinterlassen auf diesem Weg eine Spur des Blutes, werden natürlich auch verfolgt und haben zunächst eine Geisel dabei, die ihnen abhanden kommt, um es mal ein wenig euphemistisch zu formulieren. Also sie wird umgebracht auf diesem Weg. Das ist auch sehr schlimm dargestellt in dem Film. Also das muss man einfach auch sagen mit diesen kurzen Cuts, die dann eben auch gemacht werden. Und als Ersatz dafür, weil sie brauchen ein Druckmittel gegenüber Polizei und so, entführen sie eine Familie, die ein Vater, der mit seinen zwei Kindern, eine Tochter und einen Sohn, mit dem Wohnmobil fährt. Kleine Nebenbemerkung, er ist ein Pfarrer, der seinen Glauben verloren hat, weil seine Frau bei einem Unfall umgekommen ist. Und mit deren Hilfe kommen sie über die Grenze und treffen sich mit dem, der sie abholen will nach El Rey, in einem Laden, in einer Bikerbar namens Titty Twister. Und dieses Treffen, das verläuft nicht so, wie sich das die Gecko-Brüder und die Zuschauer vorgestellt hat. Es gibt ja so das Genre, das Exploitation-Film. Oder dieses Genre-Exploitation-Film sind schmutzige, dreckige Filme, die im Grunde keine Rücksicht nehmen und eigentlich auch so von der Bedeutung her ihren Profit daraus ziehen, dass man eben mit Sex und Gewalt und alles Mögliche mit Blut und nackter Haut die Leute ins Kino oder vor die Leinwand eben lockten. Das fing im Grunde schon Anfang so 1910 oder so fing das schon an, dass die Studios sich überlegt haben, sie müssten eigentlich wie so einen Produktionscode machen. Also sie müssten einfach, weil die Sachen liefen einfach irgendwie im Kino oder in irgendwelchen Zelten oder so. Und da gab es keine Altersfreigaben und es gab auch keine Beschränkung, was gezeigt wird, ja sozusagen. Sondern es wurde alles, alles gezeigt. Und die wollten das ja beschränken per Gesetz. Und die Studios haben dann versucht, das dagegen zu wirken, dass sie nicht fremdbestimmt werden und haben den sogenannten Hays-Code entwickelt. Also es ist benannt nach einem, ich glaube Robert Hays heißt der. Das ist auch ein Republikaner gewesen. Den haben die dann da hingeholt und der hat im Grunde so wie so ein Pamphlet sozusagen aufgelegt und hat gesagt, so das sind jetzt die Regeln. Nach diesen Regeln wird jetzt gedreht. Ja, und da müssen sich ja alle dran halten. Alle Studios müssen sich dran halten. Aus diesem Hays-Code sozusagen heraus hat sich Exploitation gebildet, weil die Leute, es gab ja im Kino sozusagen nur noch zensierte Unterhaltung, ja. Und da gab es Filmemacher, die wollten das nicht dulden. Die durften aber nicht im normalen Kino senden oder ihre Filme zeigen, ja. Das durften die nicht. Dann sind die mit ihren Filmen im Grunde wie fahrendes Volk umhergezogen, haben irgendwo in einem Hinterhof oder irgendwo ein Feld aufgebaut, haben da den Film gezeigt, alle sind gekommen, haben sich das angeguckt und dann sind die weitergezogen, ja. Und das war die Geburtsstunde des Exploitation-Films. Und in diesem Film war alles schmutzig, alles Gewaltmäßige war drin, Sexualität war drin und so weiter und so fort. Ja, okay. So, und die Leute wollten das aber sehen und das war überfüllt, ja. Bei From Dusk Till Dawn, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe beim Gucken wieder, auch das, was ich beim ersten Mal empfunden habe, der Film ist ja am Anfang knüppelhart. Ja. Also er hat ja diese klassische, dieses Tänzeln, das Tarantino immer macht, das ihm auch von manchen vorgeworfen wird, zwischen extremen Gewaltspitzen und diesem Humor, den er dann immer wieder auch hat. Und das finde ich in dem Film fast am drastischsten, weil gerade, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich habe das ein bisschen despektivisch so gesagt, aber diese Ermordung der ersten Geisel, die sie im Kofferraum haben, die ist knüppelhart inszeniert. Ja. Da ist kein Schmunzler, sondern das ist einfach richtig hart. Und selbst Clooney in seiner Rolle ist ja schockiert von dem, was sein Bruder da getan hat. Mhm. Wo ihm einfach auch klar wird, ey, mit dem ist echt was nicht in Ordnung. Und wenn der das schon merkt, ja, und wo du auch als Zuschauer merkst, ey, oh, alter Schwede, hier geht es um wirklich was. Und das nimmt so ein bisschen so dieses Lockere raus, was dich wieder so ein bisschen in deinen Kinositz zurückwirft und wo du dir denkst, alter Schwede, das war jetzt echt hart. Mit was kommen die jetzt hier noch um die Ecke? Du merkst natürlich auch schon, wo der Tarantino aufhört und wo der Rodriguez anfängt. Also jetzt so inhaltlich. Wo du auch so ganz klar merkst, wo die Vorlieben der Regisseure liegen und wo Rodriguez anfängt, sein Ding zu machen. Also das Ende würde ich mal jetzt so komplett in die Rodriguez, das ist der Spielkasten, der Sandkasten von Rodriguez am Ende in der Bar im TT Twister. Ich finde auch, was die Effekte angeht in dem Film, das ist schon ganz fantastisch. Es gibt ein paar CGI-Shots, also wo diese Verwandlungen stattfinden von den Vampiren. Aber ansonsten ganz viel praktische Effekte. Also mit Masken und mit Kunstblut und Gedärmen und Körperteilen und sowas. Und ich mag sowas. Also natürlich siehst du teilweise, dass das Fake ist, aber das ist mir zehnmal lieber als eine Blutfontäne, die aus dem Computer kommt. Und was man auch sagen muss, Verbeugung nach wie vor auch vor Make-up-Artist Tom Savini. Ja, Tom Savini, genau. Ist ja Sex-Machine in dem Film, also spielt mit. Und der ist ja nun auch eine Ikone des Film-Make-ups. Ja, der irgendwie mit Romero immer irgendwie, am Anfang hat die Zusammenarbeit wohl nicht geklappt. Und dann hat er, glaube ich, das erste Mal dann doch, hat beim Vietnamkrieg mitgekämpft. Da haben sie gesagt in der Biografie, dann hat er da leider viele Beispiele gesehen von guten Bluteffekten oder Hautabfall-Effekten und so weiter. Und hat das dann benutzt später und hat aber das erste Mal, glaube ich, seinen richtigen Job bei Dawn of the Dead, also bei den, Zombie heißt der auf Deutsch, von Romero. Also nicht das Remake von Zack Snyder, sondern den Original. Da ist erst mal als Make-up-Artist oder als Creature, was auch immer, wie man das nennt, gearbeitet. Ein übrigens sehr gutes Remake, wie ich finde. Ja, 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 absolut, absolut, durchaus. Schnelle Zombies, aber... Sehr beängstigend und den habe ich, ich glaube, es war sogar einer meiner ersten Zombie-Filme im Kino, den ich da gesehen habe. Ja, fand ich auch. Ich bin ja nicht so, also bist du eigentlich generell, wie stehst du eigentlich zum Horror-Genre? Auf welcher Stufe steht das denn bei dir? Ich liebe Horrorfilme. Okay, also schon sehr weit oben, ja, du bist... Ja, aber das Problem ist ein bisschen, es gibt so wenig Gute. Also gerade in den letzten Jahren, das klingt jetzt so ein bisschen wie der alte Mann, der von früher erzählt. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich schon so viel gesehen habe. Aber es gibt wenig Dinge, die mich noch vom Hocker hauen. Und wo ich sage, das war gut. Ich kann nicht alles sehen. Aber du schon, oder? Du kannst alles sehen. Du guckst auch richtig hin. Auch wenn schön in Großaufnahme die Zunge mit der Gartenschere. Ja, ich kann, es gibt Sachen, bestimmte Sachen, die kann ich nicht sehen. Ich kann zum Beispiel spritzen und sowas. Das geht bei mir leider nicht. Da habe ich irgendwie eine Phobie. Meine Liebe für den Horrorfilm, und ich kann das nur noch mal wiederholen, meine Mutter ist große Gegnerin gewesen von Gewalt in Filmen und Fernsehen. Und meine gesamte Jugend lief im Prinzip so ab, dass sie immer versucht hat, alles, was irgendwie gezeigt wurde, von mir fernzuhalten. Es war die verbotene Frucht. Die verbotene Frucht waren Filme mit Gewalt und Horrorfilme im Besonderen. Also Monster fand sie ganz, ganz furchtbar. Und natürlich wurde es für mich viel interessanter dadurch. Ja, klar. Ich behaupte nach wie vor, so ist meine Liebe entstanden. So ging es dann später los mit, wo wir uns versucht haben, Tanz der Teufel zu besorgen. War ja nicht so leicht in Deutschland. Und dann haben wir den dann geguckt und fanden den natürlich total geil in dieser grisseligen VHS-Version, die wir dann gefunden hatten. Dann ging dann hier Freddy Krueger, die Nightmare on Elm Street-Filme. Ach, was habe ich Freddy geliebt. Ich kann es dir nicht sagen. Also obwohl auch viele Scheißteile dabei waren. Aber allein die Figur von Freddy Krueger, das war Hammer. Und natürlich auch Jason, wobei ich Freitag der 13. nie geliebt habe, aber auch die haben wir geguckt. Halloween natürlich alle Teile weggeguckt. Und so bin ich immer mehr auch in diese Horror-Richtung rein und begleitet mich mein ganzes Leben, der Horrorfilm. Ausgehend davon, dass bei uns zu Hause da eine ganz große Anti-Stimmung war gegen solche Filme. Ja, okay. Ja, so ist es ja oft. Hattest du einen, so einen Horrorfilm, an den du dich noch erinnern kannst, den du sozusagen nicht vergessen kannst, den du mal, den du zu früh gesehen hast? So was, irgendwas, was, ja, der dich ein bisschen traumatisiert hat, sozusagen? Ja, es gab mehrere Beispiele. Also zum einen Poltergeist. Poltergeist. Der lief mal im Fernsehen und da war ich definitiv zu jung, um den zu sehen. Und ich habe den aber dann, ich meine, es war so, wir hatten einen VHS-Videorekorder zu Hause, neu, das war damals große Revolution. und ich konnte den als einziger im Haus bedienen. Also meine Eltern taten sich schwer damit. Also insofern hatte ich dann die Möglichkeit, Dinge zu programmieren und aufzunehmen, ohne dass sie es mitkriegen. Es gab mal so einen Film, das war nämlich einer, den ich ganz schlimm fand als Kind. Der hieß Das Ding aus dem Sumpf. Das war so ein Canon-Film. Ja, Swamp Thing. Ja, Das Ding aus dem Sumpf. Und ich hatte den bei meinen Großeltern gesehen und bei meinen Großeltern war es so, da lief einfach der Fernseher, egal was gelaufen ist. Mein Großvater hat den Fernseher geguckt und die haben dann keine Rücksicht. Bei mir genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Komplett unbeaufsichtigt Fernseh gucken. Ja, genau. Ja, geil. Ja, ja, die haben, wie gesagt, keine Rücksicht eigentlich genommen auf die Kinder in dem Moment. Also bewusst, die haben das gar nicht so gemerkt. Und dann lief da das Ding aus dem Sumpf. Und ich habe dann angefangen zu gucken mit meinem Großvater. Mein Großvater auch so, ja, gucken wir es halt. Und ich war noch relativ jung. Ich war sieben oder so vielleicht. Weiß nicht mehr. Und dann gab es, da gibt es irgendwie so Bö, ich weiß gar nicht mehr genau, um was es in dem Film geht, aber nur, das ist halt dann irgendwie so ein Wissenschaftler, der dann irgendwie in den Sümpfen da irgendwie sich verwandelt, weil er irgendein Serum von sich geschluckt hat. Und die benutzen auch dann, so diese Bösen sind in diesem Hauptqualität und benutzen dieses Serum von diesem Wissenschaftler. Und einer von denen trinkt das und wird ganz klein. Ja, der verwandelt sich, wird klein. Das hat dann ein Kleinwüchsiger gespielt. Ja, so. Und der hieß Bruno. Ja, und dann verwandelt er sich und rennt wie auf allen Vieren über diesen Tisch. Ja. Okay. Und diese Szene habe ich gesehen und danach lag ich so im Bett und habe, weil ich so eine Angst gehabt habe davor, ich weiß nicht warum, ich habe die Szene auch nie wieder gesehen und meine Mutter hat das immer gnadenlos ausgenutzt. Die hat dann, weil die war sowieso, die hat mir immer alles erlaubt, aber war trotzdem dagegen, dass ich das eigentlich dann gesehen habe, hat dann gesagt, selber schuld. Und immer, wenn ich dann was nicht gemacht habe oder nicht ins Bett gegangen bin oder nicht die Szene geputzt habe, dann hat die immer gesagt, dann kommt der Bruno. Und dann habe ich dann immer ganz schnell, ganz schnell alles gemacht, weil ich, und es hat mich wirklich, glaube ich, monatelang traumatisiert, dieser Kleine, der war grün, kleiner grüner Bruno. Mein kleiner grüner Bruno steht aus dem Lagerkong. Wir haben zwei Vampirfilme heute besprochen oder besprechen, zwei Vampirfilme. Magst du dieses Genre generell? Also so Vampirsachen? Also hast du ein Lieblingsmonster? Hast du ein Lieblingsmonster? Es gibt doch so ein Lieblingsmonster. Also ich habe ein Lieblingsmonster. Hast du ein Lieblingsmonster? Gibt es sowas? Naja, also was haben wir? Wir haben Zombies. Ja, wir haben Vampire. Wir haben Wehrwölfe. Ja. Was haben wir noch? Eine Mumie vielleicht? Also von diesen genannten muss ich sagen, dass jetzt tatsächlich die Zombies mir irgendwie näher sind. Okay. Geiler Satz auch. Weil sie mir prinzipiell mehr Angst machen. Also in allen Ausprägungen, ob das jetzt 28 Days later ist oder also die schnellen Zombies oder ob das die Walking Dead Zombies sind oder eben auch die Romero Zombies oder eben auch die Romero Zombies. Ich finde, die haben was in dieser 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 tumpen Masse, die dann über Leute hinweg gehen, um also da habe ich einfach also die mit denen kann ich mehr anfangen als mit Vampiren. Vampire haben ja immer so dieses Distinguierte in vielen Filmen auch dieses dieses Gentleman-mäßige und sowas und man muss sie reinbitten. Also je nachdem, nach welcher Geschichte man geht, nach welcher Vampir-Logik man geht. Das ist auch okay. Ich hasse nicht die Vampire um Gottes Willen, aber Zombies sind mir tatsächlich näher. Ja, jetzt in unseren Filmen, die wir heute besprechen, sind die ja nicht so höflich. Die Vampire sind ja eher Ne, das sind eher so die wir beißen einfach mal rein. Die asozialen Vampire. Ja, das muss man, das ist glaube ich die Parallele aus zwischen beiden Filmen. Hier sind die Vampire nicht nett, nicht höflich, nicht edel, keine edlen Blutsauger. Es geht auch nicht um dieses dieses ja doch bei Nia Dark vielleicht, vielleicht doch. Es hat ja immer dieses sexuelle Motiv. Also Vampir hat ja immer durch diese Penetrationen auch der Zähne immer dieses darunterliegende sexuelle Motiv. Doch, es ist in beiden Filmen auch vorhanden. In beiden Filmen vorhanden. Was denkst du, was so die Faszination ist, wenn man sich das wirklich so als Midnight Movie sich die beiden Filme vorstellt und man schaut die irgendwie nachts sagen wir mal im Double Feature hintereinander und begibt sich in diese Welt. Was denkst du, was das mit einem macht? Was einen da so packt, ist das die, das ist ja nicht, dass man so gegruselt ist, oder? Es ist ja eher so ein Guilty Pleasure. Ja, es ist ein Genuss. Ich hätte jetzt gerade, hättest du es nicht gesagt, ich hätte gesagt, es ist ein Genuss eigentlich. Weil du gehst rein, du musst anfangen für meine Begriffe mit Nia Dark. Ja. Es ging auch andersrum. sag mal mal, so, wenn du Nia Dark zeigen würdest als erstes und dann von Dusty Dawn, hast du erst mal dieses dieses Elegische, dieses dieses berauschende, dieses diese diese schönen Bilder auch, diese Stimmung, das Stimmungsvolle und dann fängt die Party an. Du kannst es aber auch erst so sehen, dass du erst mal die Party feierst mit Rodrigo und Rodriguez und Tarantino und dann so als Chillout begibst du dich eben in diese kalte, kühle Welt und gehst dann mit Caleb auf die Reise. Ich glaube, dass die beiden hintereinander weg echt ein Burner wären, gerade auch in einem Kinosaal mit vielen Leuten und gerade jetzt in einer Zeit, wo wir nicht so wirklich viel in Kino sitzen können mit vielen Leuten, merke ich halt, wie ich das tatsächlich auch wirklich vermisse und ich nur hoffen kann, dass wir das bald wieder haben. Ja, lieber Tobias, wir sind am Ende, würde ich sagen. Es war Chris, ich habe eine große Freude gehabt. Ich hoffe, es hat dir gefallen in unserem neuen Format. Total. Danke dir. Ja, wunderbar. Freut mich. Jetzt wo wir gemerkt haben, dass du herausgefunden haben, dass du Horrorliebhaber bist, darf ich dich ja vielleicht noch eines Tages mal wieder begrüßen. Du darfst mich immer begrüßen. Okay, also ich werde darauf zurückkommen. Wir haben ja jetzt erst mal das nächste Mal unser Weihnachts-Special. Ja, können wir schon mal teasern, was kommt, was gucken wir an Weihnachten? Genau, was gucken wir an Weihnachten? Keine Horrorfilme. Ein bisschen, ein bisschen gruselig. Hatten wir uns jetzt eigentlich geeinigt, was wir gucken? Ich habe uns jetzt geeinigt. Und zwar gucken wir jetzt die Geister, die ich rief und stirbt langsam zwei. Wir nehmen das Ende November auf. Ich hoffe mal Mitte Dezember, weil ich werde mich direkt ransetzen, damit man auch das Schön in der Weihnachtszeit genießen kann. Ja, mit vielen Überraschungen und vielen Stargästen hoffe ich. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, jetzt direkt alles liegen und stehen lassen oder stehen und liegen lassen unbedingt Near Dark und From Dusk Till Dawn gucken. Im Double Feature Freitagabend, 22 Uhr anfangen und dann Spaß und Freude haben. zoom, Hause Hammer, ujn Hope, Untertitelung des ZDF, 2020